Das ist bestimmt kein Faschingskostüm. Am Tag bin ich Pflichtverteidiger. Nachts Brasiliens Aerothickstar. Ned, du weißt, dass das für mich nichts ist. Es geht um Verlangen. Ohne Verlangen wirst du's nicht verstehen. Davon rede ich aber nicht, Ned. Es tut mir leid, wenn meine sexuellen Vorlieben nicht so politisch sind, wie du es dir vorstellst. Ist das für dich ein Spiel? Du hast wohl Angst. Ja. Noch mehr. Simon, hast du dich im Spiegel gesehen? Ich will dir helfen. Ich möchte das. Mich reizt das. Du bist in den públicnisch. Du bist in den bänden kami. Den Toronto 4.